Du willst eine glückliche und langfristige Beziehung? Dann kommt hier die Anleitung. Hey ihr Fashion Boys und Götz da draußen, ich bin Chris Kiss und willkommen zum Dating-Dienstag. Hier bei mir lernst du alles Wichtige vom Flirten bis zur Beziehung. Und genau da sind wir heute in diesem Video angekommen. Heute bekommst du die Anleitung für eine Beziehung. Also wie du mit einem Mädel zusammenkommst. Die einzelnen Schritte vom ersten Kontakt bis zu der großen Frage, willst du mit mir gehen? Wenn du auch in Zukunft nichts verpassen willst, dann einfach mal meinen Kanal kostenlos abonnieren oder mich unterstützen, indem du mein tolles Buch kaufst, indem du 10 Dating-Fragen... Ne, nicht 10, 100. 10 wäre tatsächlich ein bisschen wenig. Geiles Buch, ich beantworte 10 Fragen. Nein, es sind natürlich 100 Dating-Fragen und Antworten. Der Link dazu unten in der Videobeschreibung. Also Freunde, Stift und Zettel raus, jetzt wird mitgeschrieben, los geht's. Der erste Kontakt. Damit fängt alles an. Und im besten Falle fängt es auch mit dem Ansprechen an. Denn Ansprechen ist natürlich immer erstmal viel besser als Anschreiben. Aber auch das mit dem Anschreiben ist heute, ehrlich gesagt, überhaupt kein Problem mehr. Denn entscheidend ist am Ende nicht, wo oder wie du einen Menschen kennengelernt hast, sondern was danach passiert. Falls jetzt wieder kommt, Äh, Chris, die Mädels über Online-Dating sind aber alle nicht zu gebrauchen. Völlige dumme Pauschalisierung. Der erste Kontakt, egal ob übers Ansprechen oder Anschreiben, sollte immer auf Augenhöhe stattfinden und nicht irgendwie unterwürfig. Vermittel nicht, wie bedürftig du bist und wie mega toll du sie jetzt schon findest und wie sehr du eine Freundin suchst. Diese Dinge sind wichtige Grundbausteine für eure spätere Beziehung. Ne, wir wissen ja, der erste Eindruck zählt. Das Ansprechen im Detail haben wir schon mal in diesem Video hier erklärt. Einfach mal draufklicken, da gibt es 10 Tipps, wie du ein Mädel ansprechen kannst. Der Kontakt bis zum ersten Date. Nice, ihr habt die Nummern getauscht. Ihr schreibt jetzt vermutlich oder telefoniert. Und die Frage ist so, ja, was passiert denn jetzt? Wir haben also den Zeitraum vom ersten Kontakt bis zum ersten Date. Was passiert dazwischen? Eins passiert hier auf jeden Fall nicht. Und das ist das komplette Kennenlernen. Verschieß jetzt nicht dein komplettes Pulver, indem du sie 24-7 volltextest und rund um die Uhr zur Verfügung stehst. Mein Lieber, ihr seid erstmal ganz am Anfang. Und am Anfang startet man mit dem ersten Gang und nicht schon mit dem sechsten Gang. Diese Phase dient erstmal nur dazu, um zu schauen, ob ihr auf einer Wellenlänge seid. Ja, euch gegenseitig abzuchecken und herauszufinden, ob ihr die gleichen Interessen habt, den gleichen Humor, die gleichen Weltansichten und so weiter. Denn auch das sind wichtige Dinge, damit das eine langfristige und glückliche Beziehung wird. Und nicht nur so eine kurze Rein-Raus-Geschichte. Also kein ewiges Geschreibe, sondern komm schnell zum Date. Denn das ist dein nächstes großes Etappenziel. Und dieser Date-Vorschlag sollte nach ein paar Tagen kommen oder spätestens nach einer Woche. Denn ansonsten verlierst du einfach nur unnötig Zeit. Und Zeit ist, wie immer, dein größter Feind. Vorausgesetzt es passt, aber deshalb ist auch folgender Schritt so wichtig. Selektiere. Ja, das klingt erstmal ein bisschen arschig, aber das ist für dein Wohlbefinden, für dein Glück unglaublich wichtig. Du musst lernen, auch mal ich-bezogen zu denken. Ja, was will ich? Was macht mich glücklich? Was sind meine Prinzipien? Wie stelle ich meine Beziehung vor? Und dann fragst du dich, ja, erfüllt dieser Mensch wirklich meine Anforderungen? Im Umkehrschluss bedeutet das nur einfach, nimm nicht alles, was dir vor die Flinte läuft. Selektieren ist etwas, was in der gesamten Spanne eures Kennenlernens stattfinden sollte. Also nicht nur hier zwischen ersten Kontakt und erstes Date, sondern immer mal wieder zwischendurch hinterfragen und überlegen, so, okay, was will ich und passt das Mädel zu mir oder sind wir vielleicht einfach zu unterschiedlich? Beziehungen entstehen nicht, wenn du sie erzwingst. Verliebe dich deshalb auch nicht nur in das Aussehen deines Gegenübers, sondern auch in den Charakter. Ja, dumme Floskel, machen wir uns nichts vor. Natürlich, das Aussehen spielt auch eine Rolle. Aber der Charakter entscheidet darüber, wie lange ihr zusammenbleibt und wie glücklich ihr zusammen werdet. Und mit ein bisschen Erfahrung wirst du merken, dass der Charakter dir viel zu häufig einen Strich durch die Rechnung macht. Bleib dir also treu und verkauf dich nicht wie eine billige Straßennut. Das erste Date. Tja, endlich! Das wurde aber auch Zeit. Hier könnt ihr euch jetzt das erste Mal so richtig kennenlernen. Denn ohne persönlichen Kontakt funktioniert das nicht. Der ist entscheidend für ein richtiges und echtes Kennenlernen. Deshalb ist der Christ ja auch so ein Gegner von Fernbeziehungen. Oh ja, heikles Thema, wenn ich mal wieder so in die Kommentare schaue. Stimme, Mimik, Gestik, all das gehört zu deiner Persönlichkeit. Und all das gehört natürlich auch zu der Persönlichkeit deines Gegenübers. Du lernst einen Menschen also erst so richtig kennen, wenn er dir gegenübersteht. Und auch hier beim Date geht es wieder darum, wie gut harmoniert ihr miteinander. Habt ihr eine gute Zeit? Versteht ihr euch? Lacht ihr viel? Herrscht eine positive Stimmung? Und dabei kannst du zu jedem Zeitpunkt für dich gucken, passt es oder passt es vielleicht nicht? Wie das mit dem ersten Date aber so richtig funktioniert und was du beachten solltest, das erfährst du hier. Im Grunde gilt aber immer, mach dir beim ersten Date nicht zu sehr einen Kopf, sondern lass das Ganze einfach mal auf dich zukommen. Denn entweder es passt oder es passt halt nicht. Passt es aber, dann kommt der erste Kuss. Jetzt kannst du den Sack endlich zumachen. Der erste Kuss ist der wichtigste Step auf dem Weg zur Beziehung. Ohne Kuss, sorry, nein, 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 keine Beziehung. Der erste Kuss kann und sollte auch beim ersten Date stattfinden. Natürlich vorausgesetzt, es passt und du hast da auch Bock drauf und sie natürlich auch. Spätestens aber beim zweiten Date. Denn diese körperliche Nähe, diese sexuelle Anziehung, diese Lust aufeinander, all das sind auch wichtige, unverzichtbare Bausteine für eine glückliche, gesunde Beziehung. Und ohne die ist das auch der sicherste Weg in Richtung Friendzone. Zum Thema erster Kurs ein absolutes Must-See hier oben in der Infocard. Die Kennenlernphase. Oh, das war ein ganz schön weiter Weg, aber Glückwunsch, jetzt sind wir endlich beim Kennenlernen angekommen. Denn davor ist das maximal so ein gegenseitiges Abchecken, aber das hat nicht viel mit Kennenlernen zu tun. Ihr hattet also ein oder zwei coole Dates, ihr versteht euch, ihr habt euch geküsst und ihr wollt euch beide häufiger sehen. Erst jetzt geht es mit dem Kennenlernen richtig los. Jetzt fangt ihr also an, mehr Zeit miteinander zu verbringen. Und das mit der Zeit ist eigentlich die Definition einer Beziehung, denn man verbringt einfach ganz, ganz, ganz viel Zeit miteinander. Ihr schreibt also etwas mehr miteinander, ihr tauscht euch über euren Alltag aus, ja es wird immer mehr zur Normalität, dass man miteinander zu tun hat. Und das Wichtigste, ihr seht euch regelmäßig. Erst vielleicht nur einmal die Woche, dann vielleicht zweimal die Woche, dann vielleicht dreimal die Woche und so weiter und so fort. Nur bitte nicht so weit, dass ihr 24-7 aufeinander hockt. Das wäre wieder viel zu viel des Guten. Diese Kennenlernphase kann und sollte einige Zeit andauern. Denn jetzt kannst du noch überhaupt gar nicht beurteilen, ob ihr zwei überhaupt für eine Beziehung gemacht seid. Es braucht also Zeit, wie immer, mindestens zwei oder drei Wochen. Ohne sowas jetzt in Stein zu meißeln, aber bitte nicht schon nach zwei Tagen sagen, ja komm, wir sind ja zusammen. Denn erst wenn ihr euch eine Zeit lang kennengelernt habt, erst dann kommt das Thema Beziehung eingehen. Die Frage aller Fragen, ihr wollt es jetzt also offiziell machen. Das Tolle ist, wenn du alle Punkte, die wir bis hierhin angesprochen haben, eingehalten hast, dann passiert das mit der Beziehung ganz automatisch. Aber Chris! Nein, kein Aber Chris, denn dann steht irgendwann ganz automatisch die Frage im Raum, was ist das eigentlich zwischen uns? Treffen wir uns einfach nur klutschen, knattern, haben ein bisschen Spaß oder ist da vielleicht mehr zwischen uns? Meistens wird diese Frage von dem Mädel aus kommen. Denn das ist auch gar nicht deine Aufgabe als Kerl. Deine Aufgabe ist es, das Mädel zu verführen und sie bindet. Und wenn diese Frage kommt, ist glaube ich eigentlich klar, müssen wir nicht groß erklären, dann antwortest du da einfach ganz offen und ehrlich drauf und küsst sie einfach. Versuch dich doch einfach mal genau daran zu halten. Und dann wirst du merken, hoch, verrückt, das funktioniert ja. Natürlich kannst aber auch du als Kerl das Ganze ein Stück weit in diese Richtung lenken. Ganz einfach, indem du sie einfach mehr und mehr an deinem Leben teilhaben lässt. Du zeigst dir deine Hobbys, deine Lieblingsorte, du erzählst dir von deiner Kindheit, du nimmst sie mit zu deinen Freunden oder deiner Familie. All das sind Dinge, die sehr offensichtlich zeigen, hey, ich möchte, dass das Ganze in eine ernste Richtung geht. Aber Chris, warum kann ich das denn nicht einfach ansprechen? Weil du damit unglaublich viel Magie aus der ganzen Sache nimmst. Und obendrein das Mädel völlig unnötig unter Druck setzt. Interessant sind immer die Typen, die entspannt bleiben und nicht die, die sich durch Emotionalität triggern lassen. Deshalb werfen wir alle Liebesgeständnisse über Bord und alle Briefe und Zettelchen und vermeiden solche Fragen wie Willst du mit mir gehen? Oder willst du mit mir zusammen sein? Oder irgendetwas in diese Richtung. Gesunde Beziehungen entstehen nicht aus Bitten, aus Fragen. Beziehungen entwickeln sich. Und dafür braucht es Zeit. Und in dieser Zeit solltest du und wirst du ganz automatisch merken, dass diese Beziehungsfrage völlig unnötig ist. Denn ihr seid schon längst zusammen. Ihr habt schon längst eine gute Zeit. Ihr geht gemeinsam durchs Leben. Wofür das Ganze also offiziell machen, wenn es inoffiziell schon längst klar ist? Ha, du hast das Gefühl, dass es inoffiziell noch lange nicht der Fall ist? Dann heißt es wieder selektieren. Am Ende des Tages kommt es immer darauf an, was du willst. Und deshalb ist jetzt auch gerade wichtig, was du willst. Denn wir könnten nochmal ein ausführliches Video machen, wo ich dir 10 Wege vorstelle, wie du mit einem Mädel zusammenkommen kannst. Und wir uns die einzelnen Wege anschauen und gucken, ist das eine gute Idee oder ist das eine schlechte Idee? Hast du darauf Bock? Dann stimme gerne ab. Hier oben ist die Umfrage. Was auf jeden Fall immer in Richtung Beziehung hilft, das ist meinen Kanal kostenlos zu abonnieren. Wenn du private Hilfe brauchst, guckst du daneben, ist auch ein Link draufklicken oder in die Beschreibung gucken. Und dann sehen wir uns wieder nächsten Dienstag in alter Frische. Mach es gut, bis dahin und ciao.